Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen in unserer Cocktail-Ecke für alkoholische Getränke auf etza.online. Heute mit einer wilden Erdbeere. Kreiert wurde dieser Cocktail von Joseph Cosmers in dem New Yorker Lokal Employees Only. Ihr benötigt folgende Zutaten. 60 ml Champagner halbtrocken, 30 ml Gin, 10 ml Zuckersirup, 15 ml frisch gepressten Zitronensaft, 2 frische Erdbeeren plus eine zur Garnierung und zu guter Letzt Eiswürfel. Kommen wir nun zur Zubereitung. Die Erdbeeren mit Hilfe eines Stößels in einem Mixglas zerdrücken. Die anderen Zutaten außer den Champagner in das Glas gießen und zur Hälfte mit Eiswürfel füllen. Mit einem Barlöffel umrühren, solange bis das Glas beschlägt. Den Inhalt nun mit Hilfe eines Eissiebs und eines Feinsiebs in eine Cocktailschale filtern. Und langsam mit dem gut gekühlten Champagner auffüllen. Den Cocktail mit einer Erdbeere garniert servieren. Fertig. Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee.etza.online zur Verfügung. Wünschen euch viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online-Team